Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Gedankenblick mit Blitzberatung Was denken die anderen über uns? Das können wir auch erkennen. Aber wir sollen weniger damit befassen, was die anderen denken, sondern wir sollen eher unseren eigenen Gedanken mal Ordnung haben, in welcher Richtung denken wir. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Das gilt natürlich in allen Lebensbereichen und das gilt natürlich auch an die Liebe Partnerschaft. Die Gedanken ordnen, das eigene Gedanken ordnen. Wie stehe ich jetzt gerade zu dem Partnerschaft? Ist es für mich die Erfüllung und Ergänzung, was ich als Komplementärseele bezeichnet? Oder ist es eher ein Leid? Und wie lange dauert dieses Leid? Und ich frage Sie, wie lange machen Sie das mit? Gibt es überhaupt noch Chancen? Ihren eigenen Gedanken? Da braucht man die Klarheit. Wenn Sie dabei Chancen sehen oder ich als Beraterin vermitteln kann, ja, da bestehen Chancen. Dann sollen wir auch gedanklich auch das Verinnerlichen, auch emotional und wir sollen dann auch an diesem Vertrauen bleiben. Dann kommt das zu Erfüllung und bitte daran nicht zweifeln. Oder kommt ein anderer Blick dazu, wo man sagt, dass in verlorenen Zeit von Ihrem wertvolles Leben, dann benötigt man auch ein anderer Gedanken, die Klarheit, eher das Aufgeben. Und oft müssen wir etwas aufgeben in unserem Leben, damit etwas Neues kommen kann. Und wenn wir nicht bereit sind, dafür kann auch nichts Neues kommen, weil da sind noch die Hindernisse. Und diese Hindernisse sollte man auch aufräumen. Und da brauchen wir einen klaren Gedanken. Und das ist mein Gedankenblick, wie ich das Leben betrachte und wie ich das Ihnen vermitteln kann. Es ist nicht hart. Es ist nicht herzlos. Es ist auch kein Leid, sondern es ist eine Entscheidung. Und später, wenn man zurückdenkt, verspüren Sie auch diese Dankbarkeit. Das war gut so. Das war die richtige Entscheidung. Und ich als Beraterin habe ich natürlich einen anderen Blick dazu, eine Vogelperspektive. Kann ich das Ganze anders beurteilen, weil ich hänge da nicht emotional drin. Und ich möchte Sie gerne, falls Sie in einem Leidenskarussell sind, von diesem Leidenskarussell befreien. Zu anderen Gedanken bringen. Ich werde nicht die Entscheidungen treffen. Das müssen Sie selber tun. Sie selbst tragen die Verantwortung über Ihren Leben. Aber ein guter Rat ist immer Gold wert. Und das können Sie als Blitzberatung buchen. Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und bitte die Lebenssituation beschreiben. Und dazu auch die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und von mir bekommen Sie eine schnelle Antwort. Ich könnte sagen, blitzschnell. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und das kann ich immer wieder nur betonen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.